So, wir sind in der Nähe vom Flugplatz Dierdorf, jetzt wollen wir mal gucken, so mein GPS sagt, wir sind da... Das sagt auf jeden Fall links. So, schauen wir mal. Also, es muss hier sein. So, schöne Gegend hier. Mal sehen, was da steht. Ich muss da gerade mal weg, da kommen ein paar Leute. Ach so, machen wir so ein Hinweis-Schild. Das sieht ja nicht richtig klasse aus. So, 8 Meter. 6, 5, 4... Jetzt sagt er, es müsste hier sein. Ich glaube, ich muss euch mal weglegen. Ich lege es mal weg, damit ich in der Uhr suchen kann. Bis später. 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 Bis später.